Tag für Tag erfüllen verantwortungsbewusste Mitarbeiter ihre Pflicht am Arbeitsplatz. Tag für Tag gewinnt auch die Zwischenverpflegung an Bedeutung. Viele tausend Automaten stehen dafür bereit und liefern warme und kalte Getränke. Aha, sie trinken Ovo. Ovo Maltine mag kommen was will. Die klassische warme oder kalte Ovo Maltine mit Milch, Malz, Eier, Hefe und Vitaminen. Eine gesunde, eine natürliche Zwischenverpflegung. Überall im Betrieb oder im Gastgewerbe, damit sie alle leistungsfähig bleiben, den ganzen Tag. Ja, wirklich den ganzen Tag, damit sie auch am Abend mehr von ihrer Familie haben.